Mittlerweile herrscht hier ein bisschen Seefahrt. Es schaute ein bisschen. Susi fährt. Wenn wir nach oben gehen, nochmal liegen. Segel. Da ist es. Da ist das Vorsegel. Da ist das Vorsegel. Da vorne ist der Fehmarnsohn. Da wollen wir hin. Jetzt haben wir momentan die Ansteuerungstonne. Wo kommt die Beine? Die Schlafmütze macht immer noch 7,5 Knoten nur mit Kopf frei. Sechs Windstände. Sieht ordentlich durch. Schön. Die Sonne scheint immer noch. Psylin sitzt da. Lick eingepackt. Die Sonne scheint. Wie immer. Die Schlafmütze rennt die Wellen runter. Der Wahnsinn. Hubschicken.